Moin, in der heutigen Folge geht es um einige Gadgets, die man mehr oder weniger für das Höhlen erkunden oder generell für das Farmen nutzen kann. Beginnen wir aber mal mit den Boomerangs von Cyclic. Und zwar gibt es die in drei verschiedenen Versionen. Einmal den Sharpening, den können wir uns so herstellen. Den normalen Boomerang. Und auch den Magic Boomerang. Die Funktion unterscheidet sich so ein bisschen. Der Magic Boomerang, der kann die Gegner stunnen für eine kurze Zeit. Er holt auch die Items, die vielleicht rumliegen. Der normale Boomerang wäre dafür da, um Items, die weiter weg sind, aufzufangen. Und der Sharpened Boomerang, der holt sich auch die Items, beziehungsweise greift die Gegner an. Das können wir uns natürlich auch einmal anschauen. Hier ist der Magic Boomerang. Rechte Maustaste gedrückt halten, einmal angreifen und er hat halt so einen Stun-Effekt, beziehungsweise auch so einen Desorientierungseffekt. Sieht man, er ist natürlich nicht so gut im neutralen Modus, aber man hat ja diesen optischen Effekt gesehen. Dann haben wir den normalen Boomerang. Wenn wir den hier angreifen, holen wir uns halt den jeweiligen Mob oder halt Item zu uns. Also beispielsweise auch das hier, was auf dem Boden liegt, kommt zu uns. Wie man sieht, es kommen auch ganz normale Mobs zu uns. Können ganz lustig sein, aber ist halt eigentlich größtenteils dann für Items gedacht. Naja, und der Sharpened Boomerang, der ist dann halt dafür da, um wirklich Schaden zu verursachen. Relativ gering, wie man sieht, aber dafür auf eine sehr große Distanz. Und naja, er kommt immer wieder zurück zu uns. Als nächstes haben wir die Stone, Madhog, Obsidian und auch Nisselreed. Hier ist natürlich, wie man es von Minecraft so ein bisschen kennt, dass die Stärke gleich der Geschwindigkeit so ein wenig ist. So können wir sie herstellen, mit Compressed Combistone und ein bisschen Holz. Oder hier Obsidian und Quarzblöcken. Oder die Nisselreed dann natürlich mit Nisselreed Nuggets und mit Crystallized Obsidian. So was macht die, wie man sich das schon vorstellen kann. Ist es eigentlich so ein kleines Tinker Construct Gadget. Wir können ein 3x3 Feld, beziehungsweise je nachdem welche Spitzhacke wir nutzen, auch ein größeres Feld mit dieser Obsidianhacke sofort zerstören. Und das geht nicht nur mit Erzen oder Steinen, sondern auch mit sowas wie Sand oder Kies oder Erde. Und das Coole daran ist einfach, es ist, wie man halt hier sieht, 3x3. Das erreicht man auch mit Tinker's Construct. Aber mit diesem Stone-Mathog und Obsidian-Mathog kann man das schon sehr schnell erreichen. So, als nächstes haben wir hier einen Slingshot. Der ist aber, wie der Name schon sagt, ähm, naja, eine Zwille. Die ist extrem schwach, sie schmeißt einfach nur solche Steinblöcke und sie macht kaum Schaden. Also sie macht noch weniger Schaden als der Boomerang, aber naja, gehört irgendwo dazu. Das nächste ist aber diese Water Candle. Die ist ziemlich interessant, weil wenn man die aufstellt, mit Wasser füllt und dann per Feuerzeug anzündet. Man kann sie auch dann mit dem Feuerzeug wieder quasi ausmachen. Lockt die Gegner an. Jo, es ist eigentlich eine Art Spawner, könnte man sagen. Für manche Situation wahrscheinlich auch hilfreich, weil, wie wir hier sehen, sie lockt nicht nur normale Gegner an, sondern auch neutrale Gegner. Und das hier wäre so eine Schildkröte, die wir normalerweise wahrscheinlich in diesem Gebiet sonst nicht hätten. Und bevor wir uns diese drei Sachen angucken, gehen wir erstmal nochmal zu dem Monsterball. Und das kann man sich vorstellen, ist wirklich wie Pokémon. Wir schmeißen den Ball auf einen Gegner und wir haben den Gegner gefangen. Und zwar haben wir jetzt hier einen Monster-Capsel, in dem Fall Quark, das ist der Mod, und Schildkröte. Wenn wir diesen Monster-Capsel jetzt irgendwo rechtsklicken machen, können wir das Monster auch wieder freilassen. Und ja, wir können auch einen Garst fangen. Jetzt haben wir uns einen Garst gefangen. Also im Prinzip können wir hier jeden Gegner fangen, den wir wollen. Das nächste ist der Spawner Seeker. Können wir uns so herstellen. Wenn wir den einmal abfeuern, ist das ähnlich wie ein Ender Auge. In meinem Fall befindet sich jetzt kein Spawner in der Nähe. Aber dieser Spawner Seeker würde jetzt durch die Gegend fliegen und würde uns die Richtung zu einem Spawner zeigen. So sieht es dann aus, wenn er einen gefunden hat. Dann fliegt er in die Richtung, wie gesagt, wie ein Ender Auge. In dem Fall hat er anscheinend genau hier einen Spawner gefunden. Gucken wir jetzt mal nach. Da ist tatsächlich einer. Also er ist auch vom Block her sehr akkurat. Kann auf jeden Fall auch sehr nützlich sein. So, jetzt kommen wir zu diesen drei Gadgets. Das sind im Prinzip Fackelmaschinen, könnte man sagen. Wir haben einmal den sogenannten Torch Launcher. Der macht schon tatsächlich genau das, was er sagt. Er schmeißt Fackeln. Das ist auch relativ weit, wie man hier sehen kann. Das Ding dabei ist, ihr braucht nicht mal eine Fackel im Inventar zu haben. Ihr seht, ich bin jetzt nicht mehr im Atmen-Modus. Unten nimmt so ein bisschen die Haltbarkeit ab. Und die Haltbarkeit ist dann dementsprechend die Fackelmenge. Das heißt, jetzt haben wir wahrscheinlich so ein paar Dutzend Fackeln geworfen. Und haben ungefähr wahrscheinlich noch so 80-75%. Dafür, dass diese Torch auch sehr günstig zu bauen ist, ist das eine ziemlich coole Fackelmaschine. Und das, wie gesagt, auf Distanz. Und das auf sehr hoher Distanz. Sehr cooles Teil. Das nächste sind die beiden Charms. Wir haben einmal das Torch Charm, das wir uns so herstellen. Und wir haben einmal die Caving Torch Charm, die wir uns so herstellen. Aus der Torch Farben dann heraus. Beide haben eine ähnliche, aber ein bisschen unterschiedliche Funktion. Die Torch Charm, die wird Fackeln unter uns legen. Also direkt quasi da, wo wir stehen. Die Caving Torch Farm, die wird Fackeln um uns herum platzieren. Nicht direkt unter uns. Und das Coole an der Sache ist, erstmal wir können es, wie wir es gerade vielleicht gesehen haben, an- und ausschalten. Wir machen erstmal die normale Torch Charm an. Jetzt hat er direkt unter uns eine Fackel gesetzt. Und er setzt jetzt nicht weiter Fackeln. Er setzt erst dann eine Fackel, wenn er merkt, dass das Lichtlevel zu gering ist, oder so gering ist, dass ein Gegner spawnen kann. Das heißt, ihr seht hier, ich setze sehr schnell Fackeln. Aber wenn ich mich innerhalb dieses Lichtbereiches hier befinde, setzt er keine weiteren Fackeln mehr. Das heißt also, im Endeffekt, es wird nichts verschwendet. Und auch hier geht es natürlich wieder um die Haltbarkeit. Die andere ist dann ähnlich, nur dass sie halt Fackeln um uns herum setzt. Jetzt hat sie hier einen hingesetzt. Da. Das ist so ein bisschen random, auch wenn sie jetzt dreimal rechts vor mir waren. Jetzt ist sie hier links gewesen. Also hier werden Fackeln gesetzt, auch auf Basis des Lichtradiuses. Oder des Lichtlevels. Aber eben halt in einem breiteren Umkreis. Wie man hier sehen kann, setzt der im Endeffekt öfter eine Fackel, aber der Lichtbereich wird breiter aufgedeckt. Als nächstes haben wir noch diesen sogenannten Ohrprospektor. Den craften wir uns so. Und wenn wir den dann einmal in die Hand nehmen, sehen wir, wo sich Erze befinden. Das müssen wir vorher einmal aktivieren. Das heißt, wir klicken einmal auf den Boden oder auf eine Entity. Und dann wird im Umkreis von gewissen Shanks alles gescannt, wo sich Erze befinden. Und wie wir hier schon sehen können, auch eine sehr lange Blocklänge haben wir. Genau bis hierhin ungefähr. Also wir suchen so Pi mal Daumen im Umkreis von drei bis vier Shanks nach Erzen. Wenn wir das natürlich dann nochmal klicken, aktualisiert sich das immer wieder. Und an der Zahl hier unten sehen wir auch, wie viele Erze sich in diesem Umkreis befinden. Das heißt, wie wir jetzt sehen, wird es immer weniger, weil wir immer weiter weg gehen. Und wenn wir uns dann in der Mitte befinden und hier nochmal auf eine Entity oder auf einen Block klicken, sehen wir, okay, hier sind 54 Erze. In die Richtung auf dem Boden haben wir dann hier insgesamt 85 Erze. Das heißt, auch die Richtung ist wichtig. Wenn wir hier jetzt nach gerade aussuchen würden, sehen wir nur 54 und die unter uns sehen wir nicht. Das heißt, wenn ihr irgendwo Erze farmt, sucht oder klickt, das ruhig mal in jede Richtung. Damit ihr dann auch wirklich sehen könnt, sind hier um mich herum Erze und wenn ja, wo sind die. Gut, damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Wenn ihr Fragen habt, wie immer in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und auch ein Abo sehr freuen. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin.